Warte, 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 achso. Alles klar. Willkommen in diesem Part. Willkommen in diesem Part von Luigi's Mansion Zombie Edition. Luigi's Mansion. Ich habe Luigi's Mansion Musik im Titlescreen deswegen. Und Luigi's Mansion, weil Tormier entführt wurde und ich ihn jetzt retten muss. Das ist die Aufgabe des Spiels, ja. Warte, Yoshi hat die Rolle von Luigi bekommen. Nintendo hasst Luigi. Jetzt bei mir auch nochmal, hallo ihr lieben Zitonchen. Propöchen. Schwierter Teil von Left 4 Dead 2. Die ersten zwei Teile findet ihr leider nur bei Monty, die habe ich jetzt nicht aufgenommen. Weil es dann doch irgendwie ein bisschen lustiger wurde mit den ganzen Mods. Ich bin gespannt. Ich habe ein paar neue wieder installiert. Also es wird wieder ganz lustig heute. Ich hoffe, es klappt auch mit allen. Und kein Crash. Ja, und kein Crash. Aber wirklich, die Zombies an sich habe ich nicht verändert. Weil dann, da hatte ich mir crashed bestimmt. Und falls es crashed, einfach wieder rein schauen. War dann gestern deine erste Aufnahme? Von dem Spiel? Nee, gestern hat sie auch nicht aufgenommen. Das war jetzt nur wegen heute. Genau. Ich dachte sie hat gestern auch aufgenommen. Oder eher, ne. Nee, nur Monty nie. Ich dachte Fortress hat auch aufgenommen, aber okay. Machen wir das Streaming-Rechner kurz hier. Auf geht's. Okay, dann, wir können starten. Oh, ich bin so excited. Ich bin so excited. Ich bin so excited. Ich freue mich auf Wario. Ich freue mich auf Elisabeth. Mhm. Wieso Wario? Ich habe schon wieder vergessen, was ich eingestellt habe. Gründe. Äh. Ach, Shrek wollte ich noch ins Zylinder. Egal. Wario wird der Abuma sein. Habt ihr jetzt alle Mods drin, außer irgendwie? Ich glaube ja. Ich hab nicht so viel. Die anderen haben es immer wieder übertrieben. Ey. Hallo. Ne Pikachu-Taschenlampe braucht jeder in der Wildnis. Genau. Na, wenn wir diese Mission durch haben, müssten wir zeigen, wie ihr Mods drin sind. Ja. Deal. Oh, das ist halt echt kacke. Weil ihr haben alle gerade Peaches und so. Und ich hab die Standard-Scheiße. Ja. Es lohnt sich auf jeden Fall. Es ist einfach so lustig. Wenn man das doch nur in Nintendo machen würde. Obwohl, machen sie ja mit Super Mario, ne? Kannst du was? Es ist einfach sauer. Kommst dir aufschieben. Wir können mitlachen. Sorry. Ich will nicht so lachen. Ich habe als Taschenlampe den Gründe zu Smiley. Oh, ich kann die Katze direkt am Anfang holen. Du darfst nicht voll abfacken mit der Lampe. Ohne Witz. Oh, lol. Oh, ich liebe das. Oh, lol. Weil ich die Katze als Dings genommen habe, ist der Smiley umgedreht. Echt? Weiß. Achso, weil du die hältst. So jetzt anders. Die Waffe. Ja, ich glaube ja. So was ist unsere... By the way Fortress das mit Pikachu, mit der Pikachu-Tagelampe ist super. Ist nicht nervig. Wieso soll ich mit Monty blau? Machete. Ein Wal mit einem Wal mit einem Hut auf, der Fischchen rummacht hat. Wo soll ich denn? Yan ball mit dem... Nein. Ah, ah. Alter. Ich wurde gerade von Chuck E. Cheese angehämmet. Chuck E. Cheese. Warte, du hast Chuck E. Cheese? Das ist so eine Figur aus Amerika mein ich. ja von so einem menschlichen maus gedöhnt so richtig nicht auf mich nein lade schafft das blitter gleich auch schießen blüht blüht künnete lautsche aah hier ist puma wo das auto könnte elektro schocker elektro titte elektro titte die leute wie der koppierreide muss ich genau davor stellen das ist super so schön spät sie haben und dann ist die taschenlampe um 90 grad nach links gedreht wird wenn ihr zum beispiel diese diese säure habt oder medikit ganz weird weiß nicht ob das eine pikachu lampe liegt oder ob das generell so ist ich habe bei der musik chill das war echt entspannt hallo joshi t shirt ich mache das gleiche gut hingewonnen das schon ganz oben war der duk das war auch voll geil stell dir vor ihre schächter ich will nicht ich will nicht das war die 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 stell Das boot ist da, ne? Ihr könnt drauf. Oh, nice. Hey, da ist Link. Haha, der macht sogar viel Zaun, wenn er stirbt. Oh nein, Wario, ich möchte dich jetzt mal von nahem sehen. Das ist kein Wario, ich bin sehr enttäuscht. Jetzt push den Button und los. Ach ne, warte, das sollte ein Yoshi sein, aber es war kein Yoshi bei mir, Sedge. Ich hab auch grad gesehen, das Blüter, der sieht auch nicht anders aus bei mir und jetzt hat nicht funktioniert. Ähm. Schade. Okay, wir sind bloß zu zweit hier drin, oder? Ja, hab ich auch gesagt. Ja, weil wir beide tot sind. Oh. 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 Dann kam das Boot und... Ist mir nicht aufgefallen. Guck, da hinten sind wir wieder. Ach, sehr schön, okay. Das passiert dann, wenn man nicht in der letzten Kampagne ist wie gestern. Ah. Alter. So wie die rumjammern, ganz ehrlich, lassen wir die da. Ach, du hast einen schnacken Knie. Ja, hier, Hunter. Jupp. Das war laut. Ja. Ja. Was hat die... die Katze bitte für was Special Effects bei dir? Ja, nicht. Ja, oder? 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 gut, und dann irgendwo im Wald einfach die ganze Zeit so Linkgeräusche hört. Ja, das ist Feuer gedöhnt. Und ich warte auf den Powerbeam, weil das so gut passt mit Zahmos. Ich glaube, meine Beine sind gebrochen. Apropos Beine gebrochen. Warte mal kurz, Rico. Dann brauchst du keine Rollator mehr. Ich hab dich gerade geheilt übrigens und es hat nicht funktioniert. Ich hasse alles. Du bist vorgelaufen. Okay, ich glaube, es hat abgebrochen. Und dann, ja, hier ist, ne, warte doch nicht. Band Munition, äh, Ketten zu liegen. Jetzt sind die Waffe, die du als Katze hast, bloß, das ist die Version mit Schalldämpfer. Du brauchst die ohne Schalldämpfer, leider. Oh, nein, Yoshi! Hilfe! Äh, du denkst, Frau Hilfe. Yoshi, hab ein bisschen viel Spaß damit. Bis nachher! Oh, sorry. Das ist natürlich geil gelaufen jetzt. Das Homerset! Oh mein Gott, ja! Ach, das wär geil gewesen. Das wär auch richtig gelb? Ja! Äh, ich hab nur gelb gesagt, ich schwarz. Ich hab dich nicht umgebracht, oder? Oh! 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 Tschüss! Tschüss! Okay, gut. Äh, haben wir ja. Wenn du auf Tab drückst, steht das so. Jetzt drücken sie alle auf Tab. Achso, ja, wir sollen auf Tab drücken, natürlich. Alter, wir sind alle fast tot schon. Ich hab einen Defibrillator mit, falls er auf euch hat. Einen Defibrillator. Ich hab grüne Kotze. Monty wollte mich vorhin eigentlich heilen, aber er hat sich selbst geholfen. Ja, was? Man guckt erstmal bei seinem eigenen Garten. Hier ist ein Widi-Pack. Hallo! Oh, sonst nur da nix. Okay, wo ist Verbandszeug? Da hat jemand Verbandszeug von denen gepullt. Oh, Hilfe! Chucky! Oh, Schatz, sind die ganz alleine vorgelaufen? Ich bin nicht vorgelaufen, ich bin doch falsch abgewogen. Ich hab nur ne Nachkampfwaffe. Hilfe, Hilfe! Hilfe! Ich bin nicht vorgelaufen, ich bin doch falsch abgewogen! Ich hab nur ne Nachkampfwaffe. Hilfe! Magno Magno. Ich glaube da unten. Ich glaube da unten. Ne. Ja, da ist so... Hier ist dieses Verbandszeug. Ist das? Oh Gott, wie hieß ihn doch? Oh, Diesel, dieses Sniper, meinst du? Ja. Ja, Schinsky, ey. Das war doch ne AWP, oder ne? Ähm, nee, nee, nee. Nee, die AWP sah auch anders aus. Okay. Diese Einrohrsniper. Molotov! Butter? Du bist ja vollgehalt. War da ein Verbandszeug? Ja, da war ein Verbandszeug. Du, alle da? Wir müssen hier gleich durchs Wasser steppen. Echt? Ja. Wieso durch? Oh, hier drüben sind Planken. Geil. Es klappt. Ganon ist da. Oh, bitte. Weil mir klappt's. Bitte sag, dass der wie Ganon aussieht. Ja, Ganon! Jo, erst schmiss mir doch. Ist ja voll geil. Das ist ja voll cool gewesen. Oh nein, ich muss schnell aufnehmen, oder? Das ist voll. Das ist voll cool. Oh nein, ich muss schnell aufnehmen, oder? Das ist voll. Nein, Chucky! Warum ich immer? Und jetzt nicht gewonnen. Äh, ein paar Fragen. Ich bin nicht. Hier sind Waffen. No, 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 no. Ich dachte, du weißt, wie man schießt. Warte, wo seid ihr da? Hier ist ne Bratpfanne, wenn niemand das haben möchte. Schaufel, so hier lang. Ach, auf tata! Dein Homer! Leiter sieht so down aus irgendwie, als wenn da nicht wüsste, was wir machen sollen, total desorientiert ist. Ist so was man auf die schiefe Bahn geraten. Ach ne, ist auch schon schief. schon wieder die gleiche waffe aber bloß so ein pech aber aus dem magnum magnum 80 1000 85 0 0 0 40 die zweite hilfe holen können wir die waffe weg tauschen pika pika mhm durch und durch ich bin ausgerutscht war der cat? ist das eine katzenwaffe? die habe ich schon seit anfang der mission das so wie gebe ich aber ich keine andere nehmen und dann oder ja ich will auch meinen power beam haben die ganze zeit der ist eigentlich hierher gekommen und hat jetzt hier die kisten hingestellt dhl ja die haben ja auch erst nachdem wir drin waren das gemacht ja patek oh hallo patek was zur hecke die hilfe kipp finde ich wichtiger als ein frankfony wartet ihr bitte ruhig kurz hier in den wäldern befindet sich ein link da ist er so geil verdammt patek oh scheiße das geht mir echt auf den armen was? ein Affe? ein Affe? ein Machgedanke ein Affe? hier das ist eine AWP ne? ich habe aber schon einen AWP-Skinn gesehen so wo ist Peach? ähm ja denke ich mir auch krass Peach warum weinst? jetzt hat Mario dich verlassen ich habe keinen guten gegessen ich werfe Feuer ne? ich habe doch Heufeu nein blick auf den Boden achso danke thank you äh achso Adrenalinschoss ne combat shot oh ja nice one ist das ein Tegel? nein ah das ist die Magnum die Magnum ich habe es direkt gehört die liegt dir auch noch mal auf dem Boden oh ja danke awesome jetzt passt das auch super hey naja ach das ist die Lokomotiv nice oh my god er hier Gannon ah Shrek ist da hallo das ist so gut das ist so gut Möchte ich? ah ouch au 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 oh no oh no okay ich ist das so ein pellet mit dem er erste versuchen? unter Umständen Oh die müssen ja hier rennen so hatt ihr alle nehmen wir right? oh ihr ist noch ein medipack oh please ich brauche es ja da hinten Wo liegt's? Hier. Ah, okay. Pikachu? Okay. Are you ready? Ready to rumble! Pokémon Rumble. Ah, MF-Glo. Achtung, da ist ein Homa. Oh, so, hier. Oh nein. Oh nein. Mann, was macht ihr da? Ich versuche nicht zu sterben. Oh. Komm mit runter. Das sind so viele. Oh nein. Ah, gut. Oh nein. Oh shit. Oh shit. Wo man sitzen. Ich hab keine Muni mehr. Okay, weiter. Oh ja. Alter, so viele. Ich verwechsel einfach die normalen Charaktere immer mit Zombies. Ja. 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 Riko, du bist der Einzige, der dich nicht verwechsel, weil du wie Yoshi aussiehst. Hallo. Davon musst du mal ins Gutschaum machen. Kann ich jetzt gerne machen, wenn du mich anguckst, kurz. Äh. Äh. So. Äh, ich höre einen Homa. Jetzt nochmal kurz schicken. Ich auch. Oh ja, da war er. So. Ist geschickt. Privat oder in der Gruppe? In der Gruppe. In der Gruppe. Äh. Ich brauche Muni. Wo in der Gruppe? Ja, der Steam-Gruppe. Einfach allgemein, glaube ich. Oder irgendwo. Hast du schon eingesehen? Ne, hast du noch nicht. Wir sind Half-Packs. Ne, unter, oh, unter Danze. Hab ich's reingepackt. Unter Danze? Ja. Mario gives up, ne? Tolles Let's Play. Orte oder Riko? Ja. Ist noch ein E-Effekt. Ähm. Ja. Was gab's hier? Okay. Sieht gut aus. Äh. Hier, an dem? Achso. Hm? Bin blind. Ich hab' ich schon leer. Okay, passt alles. Achtung! Hilfe bitte! Schau und schau! Ich hab' ihn mit der Axt erschlagen. Auf Ehre. Jetzt sind die so geil. Bei mir im Hintergrund bei Schockmusik. Oh, effekt. Chillig. Ein Monkey! Thanks. Noch einer. Rutschverhäufer. Halt einfach durchgesägt. So, Rutschverhäufer hat mich gesägt. Und das gibt's viel zu selten. Ich hab' schon mal eine gesehen. Und dafür gibt's halt viele Waffen, die man halt wechseln muss. Aber ich weiß, du willst deine Katze nicht. Ja. Awww. Aber hat ja so ne Zweitwaffe dann halt im Totfall. Sollten wir auch ne Pistil mitnehmen, oder? Ich nehm' auch ne Pistil mitnehmen. Oh, du müsstest ne Katze für die Pistil finden, was wär' auch neis. Kann man die, kann man eigentlich die Controls ändern, oder? Was kann man ändern? Äh, die Controls ändern, dass ich, äh, schlagen nicht auf rechts ist, aber auf dem Mausrad hab. Und dann mit Rechtsklick zoomen bei der Sniper. Ja. So wie's nicht gehört. Ja. Das ist halt echt so. Ich weiß nicht, was ich dabei gedacht hab. Scha. Obwohl, ich meine, das liegt sogar daran, weil Left 4 Dead 1 war noch in den 90ern, wo es noch kein Mausrad gab. Oder irgendwie so ganz Watt. Und dann haben sie's aber so gelassen. Ja, kein Mausrad auch. Was für ein Kolom? Ja, ne? Ich seh' hier so. Ich seh' hier so. Ich seh' woher da hätten wir sein. Auf dem Hül. Da gibt es, es gibt doch auch einen Safe Raum gleich, oder? Bestimmt. Da würde ich nicht einmal die Einstellung kurz ändern. Ja. Das kann man ja zum Glück machen. Du kannst es eigentlich auch jetzt machen. Du kannst, äh, wenn du jetzt Escape drückst, kannst du dich kurz als, äh, Bot machen. Just save. Hier ist ne Witch. Ich kann ihn nicht angreifen. Ich hab keine Muni. Was du möchtest. Hier ist ne Witch. Ich kann ihn nicht angreifen. Ich hab keine Muni. Was du möchtest. auch. Ja. Die Alternative ist der Rücken. Äh, da ist ein Homa. Ah ne, Booma. 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 Bussand Τʻr coule Ich kann die Witch machen. Warte, 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 warte. Warte, hier ist der Schutzraum. dass sie mal triggern und dann schnell die hält auch keine 20 jetzt schnell die tür zu und die eine frage habe ich hier so gelbe augen winkten pikachu ja ja sehr sehr gelblich alles um die tasche laufe ne eigentlich hast du gelb sucht 1960 bis 2009 alter geil was kann man nicht ich habe keine hilfe zu sein ich glaube ich weiß wovon das kam mal nicht wieder nur mal kurz scheiß ich mache tüte ich muss kacken ich muss kacken ich bin aufgeschüttet das ist überall du bist ja du bist ja ja ich sehe schon was dann kleinen affen auf das ist aber auch die affen von selda manche was einfach so gekocht wird was ist ich habe ein haus gefunden hier sind rohrbunden private property hippity hoppity get off my property get out of my property ich mag tüte ich mag tüte so hier hoch ich bin ganz ohren ganz hinter dir ganz dohr ich muss ja ziemlich trüger mit nackern lade da ja irgendein special bui bui ist wieder hier bui bui da ist irgendwo ein hinter ich will kein merch ein runtergefallen der affe macht vier schaden ah der macht spring nur rum monty kommst du hier bitte hoch ja ich geh doch zur treppe die treppe ist auch hier ist näher ja das habe ich nicht gesehen zu spät zu spät tschüss man ich habe ein geschenk für euch wenn ihr da drauf schießen wollt wenn ich da gerade stehe ja hey hier ist ein healthpack für dich für dich apropos healthpack eigentlich für monty ich glaube für riko wärs auch gut oder ja also für beide ihr euch beide mal kurz heilt und dann da beide wie ein hashtag nehmen ja das passt auch wieder gut wenn sich samus um ihren suit herum erstmal heilt riko hier ist immer noch ein medipack ne ja 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 naja ja 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 sehr entspannt aus der richtung der war hier recht ich höre irgendwo man wird eigentlich deine parts hochladen monty ich weiß noch nicht genau wenn ich ein farm oder links wie viele verschiedene waffen gibt es eigentlich also ist gut möglich dass ich bis jetzt immer noch nicht alle gesehen zum beispiel eben gab es noch eine gitarre sind alle nahkampfwaffen gleiche oder gibt es auch unterschiede ne manche sind ein bisschen schneller und langsamer so jetzt müssen wir hier oben bleiben und dann den link bei den langen ich habe schon mal ein feuerhaus hingelegt ich wurde hier weggesprengt jetzt weiter hier ach schieß drauf oh oh alter Nee, ist nicht vorbei, in aller Mecheln, in der Ecke. Schon wieder keine Muni mehr. Yay. So, dann müsst ihr bald kommen. Oh, dann wechselt die Waffe. Niemals. Das verstößt gegen Gesetze. Ja, ich weiß gar nicht mehr, wo die Waffe ist. So weit kommt es. So weit. Nein. Alter, wie sie sich einfach mit und weit beschäftigen. Oh, ein Buckel. Der Schnackzag hat Spaß. Oh, ich gucke mal. Ich kriege den Buckel. Hast du keine Buckel? Ja, keine. Das ist, glaube ich, so ein Venus. Hallo, hier keine Privat-Sphäre. Schönes Klo. Wo ist Homer? Alter, mit den Scheiß ausklingen. Das ist gut. Ja, du da kacke gehst. Ja, aber es hat sich gelohnt. Aber die habe ich da noch nicht verstanden. So eine Peach. Ja, nee, die greife ich nicht an. Ich habe keinen... Los, zum Haus! Da müssen wir rein. Da ist schon kurz vor. Wie, 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 wie... Hallo? Ich gehe einfach... Toll gemacht. Ich habe mit nah... Mit nah... Ähm, diesem Haken-Ding... Wie heißt das nochmal? Danke. Mistgabel. Mistgabel, oder? Das ist ein Boomer. Ich finde es aber schön, wie ich die Witch wütend gemacht habe und dann Rico sie am Ende aufgeschreckt hat. Wo ist der Boomer? Oh, Link, hallo. Ich bin dein größter Fan. Oh, ja, Kätzchen! Yay! Oh, ihr ist so cute! Das Kätzchen! Tö, 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 tö. Äh, nee, ein bisschen zu rot, dafür hat keine Weizenflecken oder so. Coco Power Rangers. Power Rangers! Coco Power Rangers! Erstmal mit so einem 3D-Messgerät Coco abmessen und dann als Model einfügen. Oh, ja. Und dann die Munition. Bekannst du das auch mit sich machen lassen? Ich kenne mir nicht so gut aus mit Blender. Ey, du bist doch Blender Pro. Wer? Du. Nein. Hä? Nein, nee, war ein anderer Kunde von mir. Ach, ist das schon die Hausmission? Nee. Ich lade nach. Doch, war das am Ende das mit dem Haus, Cindy? Was? Ist das nicht mit dem Boot hier, meinst du? Ich glaube, das ist jetzt das Haus. Nicht geil, weil das ist auch eine geile Mission. Oh, nein. Nein. Auch da oben ist doch so ein geschützter. Oh, scheiße. Ja. Ja, ich dachte aber, das wäre eine andere Mission. Weißt du, ich spiele das auch so oft, aber ich kann mir immer nie merken, was die was ist. Ich bin der Meinung, das ist eine andere, wo du dann hinterher ins Kot rein musst. Ja, nee, nee, hast recht, das ist das. Ja. Roma in der Nähe. Wird auch noch kommen. Nein. Nein. Ach, verdammt. Oh, ich hab's. Aua. Alter, ich, sie hat nicht so den Scheiß auf. Alter. Junge. Was für ein Gerammel hier. es ist die wohnungen hier sind genauso gut wie in enemy crossing könnte man einziehen ja paar sternis die schnapp bezahlt ich wäre fast angerempelt worden und dann ist es die klote doch das große großes haus hat sich echt gut an traktor stimmt es gibt auch ein mod gleich mal auslosen wer die große maschine bedient jeder der erste rentals 1 504 555 2957 ist aber geil die normalen gegner die sterben joshie joshie da wo die sind news ich liege auf dem boden ich bin leicht tot mein kopf wird gegen das dach geschlagen wir kommen da nicht mehr hin das war's mit zarmus ah hier ist es auch hier lol aber gestern bei der mission wirst du nirgends respawn das ist halt echt so ne naja muss man es 50 mal versuchen bis man es schafft ja hier kommunizieren hier unten aber das war es mit dem power beam schade ja ja platz immer ein paar von den dingern gut ich bin ja schon da oben bleiben ich mach das ihr könnt aber wo kann ich denn nicht anschießen ist das hier der letzte mission ja ich meine ja ich meine große welle ok dann zeigt ihr mir wie man muss installiert und danach nicht ja ich sehe gerade da unten sind noch hier denkst du heilung heilung dinge doch alle wunderschönen die idee eigentlich also genau hier nicht unterschwingen sonst so soll ich schon aktivieren nein 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 die die ihre zunge rausstrecken um dich einzusammeln da die sind auch joshis aber du bist ein gezähmter netter joshi ne der joshi hat hat sehr lange beine im gegensatz zu dir du siehst normal aus sind da oben waffen normal für den joshi also ich habe jetzt den einen kanister nochmal replaced dass ich den jetzt von hier oben auch schuten kann ja ich habe ein loch gefunden ok ich aktiviere also ich bin jetzt hier an der große es wäre gut wenn einer hinter mir steht und von hinter mir irgendwie so ein bisschen safe und von hier oben hat links und rechts immer so ein bisschen das durch heimigen perfekt ich muss mich verarzt also montiere ich auch noch hier oben nun nachher sieht es aus ich mache jetzt ja ja dreirad wäre auch nice ach du scheiße gar nicht gesehen ach du scheiße ach du von links kommen ja ja das ist halt echt blöd weil die maschinen die kommen komplett nach hinten rechts und so hat man immer irgendwo einen toten winkel nicht auf mich schließen ich vertrage keine kugel okay well done kommt ihr jetzt nicht irgendwie von geradeaus gleich nicht so viele kommen lassen oder hilfe hinter euch äh hinter einem zackenhaus danke Ganon ist da. Shrek ist da. Oh shit, wo kommt der denn? Ich hab... Ach du Scheiße. Au, Shrek, ich will das spielen. Teddy, Baby. Oh. Ich hab leider nichts zum Heilen. Kacke. Er brennt, er brennt. Ah! Okay. Junge, Junge, was für ein Action hier, ne? Vorsicht! Oh, Team Pamper stehen. Ja. Das war doch rechts, äh, roten Rauf, ne? Müsste, ja. Wo kommen jetzt die anderen? Thank you. Wo sind jetzt die anderen? Ich bin hier, ist hier gerade in Kuba. Ja. Oh, ich bin hier. Oh, ich bin hier. So. Ja. Ich bin hier. Ja. Ah. ich habe keine muni mehr aber unten ist was die kommentiert stehens Rico hinter dir glaube ich es tut weh es tut weh es tut weh es tut weh ich hab grad nen Charger gekriegt und wir haben wieder Ganon wo ist er denn? da vorne? ah da saurer Regen oh danke sieht so gut aus das war keine gute Idee oh da unten ist noch nen Teddy tot ach da ist noch nen Medikit ja nimm mal ok wir müssen jetzt geradeaus zum bohren aber nicht drunter springen jetzt sei geradeaus zum bohren ja ja kann mich leider nicht heilen na super das war eine gute Idee nach vorn zu retten so jetzt oh ok 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 wird keiner zurückgelassen helfaa was das Ding ist geht wieder ab helfaa 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 wo ist der Tank für euch? fxfxf jualfaa schnell 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 ach feg ab au 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 Hilfe ehm was ist er nicht ahm haben wir jetzt hier los Wir schaffen es, wir schaffen es. Ach du Scheiße. Keiner gestorben. Ach, wie der Teddy da steht. Nein, das ist nie passiert. Oh, da war noch ein Smoker daneben. Oh Gott. Du, 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 du. Luty's in Engine Credits. Alter. Mit Mods macht es halt zehnmal mehr Spaß. Total campaign time, 49 Minuten. Das war 49 Minuten? Ja. Hunter skills 8. Boomer skills 8. Jetzt wird noch Buchus gekillt. Oh, nach Buchus könnte man noch schauen, Mods. Oh. Ist das eigentlich wie so ein Modloader, wo du einfach Sachen auswählen kannst? Ne, das ist die Workshop. Ach, das ist die Workshop. Ja. 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 Einfach alles runterladen, was man Lust hat. Ja. Also ich muss auf jeden Fall nochmal schauen wegen Boomer und Splatter, weil das Splatter ist halt irgendwie nichts. Und der Boomer ist so lame. Ja. 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 Bis zum nächsten Part. Noch mehr Mods. Genau. Bis zum nächsten Part. Und wie immer gilt, bei den anderen gerne vorbeischauen. Jo. Jo. Tschüss. Tschüss. Mario. Jo. Jo.